Einst befanden sich hier Pferdestallungen. Nun haben die Kinder das Sagen im Westhof der historischen Dragona-Höfe in Wels. Betreut wird die Krabbelstube mit Kindergarten und Hort für die Nachmittagsbetreuung vom Oberösterreichischen Hilfswerk. Mitte November wurde die neue Einrichtung feierlich eröffnet. Im Oberösterreichischen Hilfswerk sind Kinder und Jugendliche ein sehr wichtiger Teil der Arbeit. Wir haben in Oberösterreich in etwa 150 Kinderbetreuungseinrichtungen und derzeit integrieren wir in etwa 800 Jugendliche in den Arbeitsmarkt. Kinderbetreuung ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit im Hilfswerk neben der Pflege und neben auch unterstützenden Aktivitäten etwa in der Jugendarbeit. Und die Kinderbetreuung ist ganz einfach auch von unserem Selbstverständnis her eine Basisarbeit. Also etwas, wo wir auch an der Grundlage unserer Gesellschaft arbeiten und das tun wir auch sehr gern. Auf den rund 500 Quadratmetern können sich die Kinder so richtig ausleben. Wir haben ein Angebot für die Kinder von ein bis drei Jahren und von drei bis sechs Jahren. Also im Gebäude selber sind vier Gruppen untergebracht. Eine alterserweiterte Kindergartengruppe, eine Regelkindergartengruppe und zwei Grappelstuben. Eine alterserweiterte Kindergartengruppe heißt einfach, dass da Kinder über drei genauso drinnen sind wie Kinder unter drei mit einer zusätzlichen Pädagogin. Wir schauen, dass die Zeit jetzt einfach ruhiger wird bei uns. Wir werden einen Adventkranz selbst gestalten, selbst machen. Auch die Adventkalender werden gestaltet mit den Kindern. Dann gibt es wahrscheinlich jeden Tag, der ein Kind das Kasten aufmachen, darf sie was mit heimnehmen davon und wir machen auch Geschenke für die Eltern zu Weihnachten. Wir schauen einfach, dass so ruhige Zeit wird. Seit 2008 arbeitet die WAG an einer qualitätsvollen Entwicklung der Dragonerhöfe. In den ehemaligen Pferdestallungen entstanden exklusive Wohnungen mit Granitsäulen, Kreuzgewölbe und Galerien. Das Konzept sieht eine Mischung aus Wohnen, Leben und Arbeiten vor. Naja, wir haben 1998 vom Land Oberösterreich diese ehemalige Kaserne gekauft und da war eine Straßenmeisterei herinnen, aber auch Wohnungen und andere Nutzungen, Pferdeställe. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren dieses Objekt renoviert und gestalten langsam diese früher anders genutzten Räume um. Und da passt es sehr gut in das Konzept, dass neben dem Wohnen auch andere Funktionen wie Geschäftslokale beziehungsweise Bürolokale, aber eben auch soziale Einrichtungen da sind. Und da passt dieses Konzept des Hilfswerks mit der Krabbelstube, dem Kindergarten und dem Hort ganz wunderbar dazu, sodass wir eine sehr schöne Mischung zustande bekommen. Wir haben ja lange Gespräche geführt mit der Stadt Wels, aber auch mit der WAG und ich muss sagen, das waren sehr, sehr konstruktive Gespräche. Ich habe mit dem Mag. Schön hier wirklich einen exzellenten Gesprächspartner gehabt und wir sind auch froh, dass wir hier sein dürfen und dass die WAG hier Partner ist und das funktioniert hervorragend. Ich finde das ganz großartig, dass die Kaserne, wie wir sie als Welser nennen, so eine tolle Bewohnerstruktur bekommt. Erstens einmal, wie Sie gesagt haben, von den Wohnungen her, dann die Gruppe der Demenzkranken in unmittelbarer Nähe vom Kindergarten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Symbiose und ich stelle mir vor, dass beide davon profitieren. Die Kinder, genauso wie die älteren Damen und Herren, die da herinnen sind, ich stelle mir das ganz besonders schön vor. Eines ist sicher, die Kinder des Kindergartens und der Krabbelstube Dragonerhof hauchen dem historischen Gebäude neues Leben ein.